Hey Leute und willkommen zurück. Aua, jetzt muss ich wieder den Hund bändigen. Das ist gar nicht so wahr, da sitzt es ganz ruhig. Willkommen zurück zum Alka-Blatt-Play mit dem Fienchen, die kleine Punkerin hier, die Aufmuckerin. Ich bin eine Punk-Rock-Güre, yeah. Mein Skin ist voll an die Korblättchen angelehnt, aber egal. Mit komisch gefärbtem Haar. Wollte mal wieder einen neuen Haar und war zu voll zum Pixeln. Also als nächstes bauen wir, nachdem die Bambusebene jetzt fertig ist, die Melonenebene. Müssen wir uns kurz überlegen. Hier kommt noch Wasser drunter. Wasser ist hier, Block ist hier. Das heißt, wir können ab hier anfangen. Und auch die ist wieder drei groß und ansonsten genauso wie alle anderen auch. Wie weit ging es denn hier runter, sag mal? Das ist ein Drop. Das ist genauso hoch, dass wenn du von hier oben als Monster runterfällst, hast, dass du dann gerade noch ein halbes Ding hast, damit man also als XP-Farm letztlich... Seht das für Menschen auch? Hm? Seht das für Menschen auch? Ja, ja. Also wenn du keine Rüstung an hast und hier runterfallen wirst, musst du noch ein halbes Herz haben. Ich habe zwei Herzen. Oh, dann war der andere vielleicht der richtige Drop. Dann werde ich jetzt auch nicht runter springen mit zwei Herzen. Ah, nee. Ich glaube, das hier ist der richtige Drop, glaube ich. Ja. Du musst erst mal regenerieren. Willst du es riskieren? Ich riskiere alles. Was? Na dann. Ja, weil die Grundidee war, ich weiß gar nicht mehr, ach genau, ich hatte einfach irgendwie keinen Platz oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war, dass ich... Und Tatsache ist aber, dass diese Monsterfalle dann so weit weg gewesen wäre, dass es sich gar nicht gelohnt hätte, die Monster hier zu farmen. Und dann habe ich mich schnell hier einfach entschieden, dass ich hier ein Penthouse hinbaue und ganz viele Farmen drunter, weil sich der Berg für sowas viel besser eignet. Gut, dass du mich gerade runter gebaut hast. Halt, halt, halt. Nein, 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 nein. Den brauchen wir. Und den brauchen wir, damit wir wieder hochkommen. Ja, ich baue sogar die Wand so ab, dass man noch eine Treppe draus machen kann. Das nennt sich Intilentes Rohstoff recyceln. Intilentes besonders. Nein, nicht hauen. Es ist rosa, dass ich gerade keinen Pfeil dabei habe. Nicht hauen. Nein, ah! Da fehlt ein Erdblock. Ja, richtig. Den habe ich jetzt übersehen. Schaue ich doch niemals darüber. Ja, halt doch. Wow, ein Blocksprung. Hör, sollen wir hier nach mal eine Runde Dinger? Ich weiß, was wir hier nach aufnehmen? Eine Runde Superjump. Kennst du Superjump? War das nicht die Map, die du mal gebaut hast? Nein. Das war ein Superjump. Superjump ist sowas wie Dragon Escape. Oh Gott. Oh Gott. Willst du mich töten? Und ich werde, ich werde, das ist übrigens, ne, da sage ich noch nichts. Ne, 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 nicht, nicht zu viel Spoilern. Ich werde gerade in Skype angeschrieben. Und wie bist du denn in Skype angeschrieben? Wegen, äh, unserem Dinger, unserem Uni-Projekt, wo es demnächst auch mal noch ein Video dazu geben wird. Oh, wie langweilig. Ey, das ist, das ist, das ist ein geiles Spiel, sage ich hier. Das ist so, so von, weiß nicht, dem Präsidenten von Minecraft oder so. Das ist nicht, was die Leute in Skype aus. Präsidenten von, Präsidenten von Minecraft? Sag mal, geht's dir noch? Du kannst dich mal da hinten in die Ecke stellen, wenn du willst. Okay. Das kann ich gut. Ja, ich wollte es gerade sagen. Dafür bist du gut aufgehoben, da hinten in der Ecke. Ja. Bitte guck die Wand an, damit deine Zuschauer auf deinem Kanal, wo es jetzt ganz 10, 100 Videos pro Tag gibt und den man unbedingt abonnieren muss, ähm, dass diese Zuschauer was Spannendes zu sehen haben. Ich baue die ganze Zeit in der Fackel, dann baue sie wieder ab. Ja, das, äh, scheint zu funktionieren. Und jetzt kann sie dich nach unten graben, dann müsste es direkt bei mir sein. Oh, die Fackel wieder abbauen, so. Oh, fast. Hi. Ganz knapp daneben. So, perfekt. Du darfst dich übrigens wieder bewegen. Weg da. Ich kann sonst keine Blöcke setzen. Das hat aber weh. Das tut immer weh, so. Wow, meine ist cool. Weißt du, ich habe die Maustaste gedrückt und wenn ich das mit dem Schwert mache, dann stirbst du. Siehst du? So sieht das aus. Ah, du hast Schaden bekommen, das hat doch nicht funktioniert. Hast du es wieder abgesehen, dass der Hund dich grillt? Entschuldige. Hast du volles Leben? Nein. Hast du voll genuges Leben? Ich bin fertig. Okay, dann würdest du sterben, wenn ich das jetzt mache. Schade. Sonst hätte ich dir jetzt einen dezenten Klaps mit meinem Diamantschwert mit Schärfe 4, Rückstoß 2, Blünderung und Verbrennung gegeben. Ich werde da eine Slow-Mo-Reihe machen. Das sah so gut aus. Es sieht immer gut aus, wenn man in Minecraft Leute irgendwo runterhaut. Ich glaube, der Spitzak ist kaputt. Wie viele Herzen hast du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, achteinhalb. Neun? Noch nicht. Ich habe Hunger. Warte. Achso. Ich wollte gerade die Regeneration mit hochzählen. So. Neun. Neun, drei Viertel. Nee, nee, komm mal, komm mal hier zu diesem Abgrund. Ich finde dich. Du kannst dich gar nicht von mir verstecken. Au! 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 Ich sterbe! Ich sterbe! Oh mein Gott, war das Klaus. Wie viel hast du noch? Ein Herz. Ja, dann ist mein Schwert gut. Ich bin so einfach beim halben Herz einfach so aufgehört zu brennen. Ja? Dann bin ich stolz auf mein Schwert. Dann macht es deinen Job genau richtig. Mich zu terrorisieren? Nein, jemanden ganz knapp nicht zu töten. Das ist super. Oh nee, wir dürfen ja nicht so weit. Steiner Braun ist spannend. Ja, also wirklich unsere Folgen. Aber deswegen bin ich auch froh, dass ich einen Gast dabei habe. Ja, der mir hilft. Ich bin für die Drecksarbeit da. Ja, ich mach doch selber Drecksarbeit hier. Mit deinem letzten Gast hast du bestimmt voll die coolen Abenteuer gemacht, dass du die Welt erkundet. Nein, wir haben die zwei Ebenen hier drüber abgebaut. Oh, okay. So ist es halt in Minecraft. Wer ein Loch buddelt, der braucht noch was? Nach diesem Part hier wird er bestimmt die Welt erkunden gehen und sich denken haha, meine lieben Gäste haben für mich mit abgebaut. Haha. Oh, das hat man gehört. Irgendwas im Auge. Das hat man gerade so das Quietschen gehört, als ich in meinem Auge so in Gleichkeit zu machen. Ich hab nur gehört, plupp. Von der Mikro. Plupp. Ja, du bist an der Mikro gekommen anscheinend. Da hat's plupp gemacht. So. Oh, ich seh da schon wieder was. Ach nee, doch nicht. Ich baue so unkontrolliert ab, dass ich schon das, was ich abgebaut habe, denke, es wäre eine Höhle. Ah, was habe ich? Oh, da ist das. Hallo, ich mein. Hallo. Ich habe irgendwas im Auge, ey. Ich werde in Skype angeschrieben. Oh, noes. Natürlich hast du nicht gemutet, lass mich raten. Ja doch, ich bin doch beschäftigt. Immer. Weil das ist auch so ein typischer Anfängerfehler. Nee, nee, nee. Aber wenigstens habe ich letztens, als ich DMC aufgenommen habe, wenigstens mit meinem Steam ausgemacht. Ja. Das ist bei mir immer so ganz lustig, wenn ich Dinger, wenn ich, ähm, Planswasser Zombies aufnehme. Mein neues Projekt, das supergut ankommt, wo ich mich total drüber freue und überhaupt nicht verstehen kann. Aber egal. Ähm, ne doch, ich kann es verstehen, weil ich kommentiere es und ne, keine Ahnung. Ähm, da muss ich den Bildschirm aufnehmen, weil man das nicht mal mit, äh, Gameaufnahmen machen kann. Da sieht man immer, wer gerade on geht und wer off geht. Und so. Da sieht man alle Leute, die ich in Skype hab, kann man schön nachverfolgen. Ist ja schön. Und irgendwann finden sie sich, Skate. Und irgendwann bist du tot. Was? Ach, nix. Okay. Du hast übrigens die Treppe abgebaut. Ja, und sie war am Weg. Ich darf's nicht, aber du. Das ist genauso, wie die Facebook denkt. Was im Weg, äh, steht, wird weggehauen oder aufgekauft. WhatsApp. Wow. Du kannst eins und eins zusammen zielen. Ich bin K und K. Ich hab's sogar falsch buchstabiert. Wow. Du hast sogar, du hast sogar klug, falsch geschrieben, falsch buchstabiert. Richtig. Das muss man erstmal hinbekommen. Wolltest du grad nur die Kohle abbauen oder sollen wir noch eins hier runtergehauen? Äh. Ich bin nur Kohle. Ich bin, ich, hallo, ich bin YouTube Partner. Ich brauch die Kohle. Weißt du, was so traurig ist, was ich... Weißt du, was so traurig ist, was ich, äh, bemerkt hab? Nein. Als ich mal meine Zahlen angeguckt hab? Wenn es kein Adblock gäbe. Ja? Ne, ich will den Satz noch ein bisschen wirken lassen. Wenn es kein Adblock gäbe. Ah! Wenn es kein... Nicht lustig. Ah! Wenn es kein... Aber du ruinierst meine Audiospur. Lass das. Ah, schön. Die ist eh schon ruiniert von diesem komischen... Zzzz. 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 Das ist aber schwer. Willst du dich... Willst du nochmal graben, während ich mich ins Eck stelle? Ja, ja. Mach mal. Wenn es kein Adblock gäbe, um meinen Satz zum Ende zu bringen... Welche Richtung eigentlich? In die, wo ich stehe. Wo stehst du? Ich sehe dich nicht. Ja, die Richtung ist gut. Ah, da. Wenn es kein Adblock gäbe, könnte ich von YouTube leben. Okay. Das ist hart, oder? Ja. Das muss man einfach mal so auf sich wirken lassen. Die Leute, die keine Werbung sehen wollen auf YouTube, machen es möglich, dass es für mich ein schönes Taschengeld ist. Und ohne diese Leute, beziehungsweise würden diese Leute kein Adblock haben, was eh die größte Verarsche ist, weil Adblock so scheinheilig ist und sich von Leuten den Werbeplatz bezahlen lässt, damit es nicht weggeblockt ist. Google und Amazon und so weiter. Na, fast. Ich wollte nur Licht haben. Also, Google und Amazon zahlen da ja hin, dass ihre Werbung nicht weggeblockt wird. Okay, fertig. Du bist da, glaube ich. Halt, du bist soweit. Bin ich? Ja, bist du. Ja, bin ich. Da. Wenn es kein Adblock gäbe, könnte ich davon leben. Das ist einfach bitter. Ja, ja. Ich habe irgendwie einen Kommentar dazu erwartet, wie ich gerade gegraben habe. Bitte was? Ja, diesen Gang, der sah aus wie so ein Schlauch. Ein Schlauch. Ein Schlauch. Ist auch so ein Schlauch. Ich weiß. In dem er stecken geblieben ist. Da, da. Da, da. Ja, ist ja sowieso wieder Karnevalszeit. Da, 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 da. Alter, ich gebe mir die Kugel, wirklich. Ich hasse Karneval an sich schon, aber dieses Jahr möchte ich bitte noch weniger davon mitbekommen. Hallo, ich wohne in Köln. Ja, okay. Kannst du verstehen, wie schlimm es ist für mich? Da ist aber wirklich, äh, angesagt, du. Ja, ich will sterben. Besonders meine Mutter ist so eine Person, die feiert das dann drei Monate lang. Oder vier sogar. Also heute Morgen war es, äh, wirklich, war es heute Morgen? Ja, heute Morgen war es wirklich bitter. Also ich, ähm, habe gestern eine Klausur geschrieben, so. Deswegen nehme ich auch jetzt auf, weil ich jetzt mal wieder Zeit habe. Ich habe gestern eine Klausur geschrieben. Und, ähm, danach haben wir gut gefeiert. Wir Studenten eben feiern. Gut. Per Definition feiern Studenten gut, ist so. Und, ähm, am, äh, Abend, nee, am nächsten Morgen, heute Morgen war ich dann trainieren, weil gegen Kater trainieren ist immer eine super Idee, weil danach bist du wieder fit. Und als ich zurückgefahren bin und noch nicht fit war, weil ich irgendwie im Arsch war, sind verkleidete Leute eingestiegen mit einem Alkoholgehalt. Du hättest, wenn du mit Feuer zu nah an dir rangekommen wärst, ne, der ganze Zug wär hochgegangen. Das, furchtbar, weißt du, und ich sitze da drin und das Letzte, was ich sehen will, ist Alkohol und, boah, du hast übrigens jetzt eine Schaufel. Danke. Und meine Spitzhaken sind übrigens alle. Oh. Hier. Also es ist wirklich, ähm, Karneval, ich brauch, ich hab bessere Gründe, wenn ich mich betrinken will. Ganz im Ernst? Nee. Muss nicht sein. Im Karneval geht's ja eigentlich nicht um Betrinken. Hä? Was geht's denn? Es ist ja eigentlich nur die heutige Jugend, die das draussen macht. Ah. Karneval an sich ist einfach nur ein Festtag, wo man sich verkleiden kann und Spaß haben kann. Das hat nicht direkt was mit Alkohol zu tun, in dem Sinne. Ja, aber, äh, Fußball-Weltmeisterschaft hat ja auch was mit Fußball zu tun, oder? Und trotzdem gibt's Public Viewing, wo die Leute, ja, wo die Leute hier sich die größten Orgien geben und so weiter. Orgien? Das ist ja eigentlich auch nicht die Idee davon. Das ist interessant, bei uns feiern sie das mit Alkohol, also mit euch bei, mit Sex oder was? Nee, nee. Halt, du greifst zu weit. Was? Sag das doch früher. Hab ich doch. Hast du gar nicht, hab ich schon gedacht. Hast du volles Leben? Nein. Doch, hast du. Nein. Du solltest es besser sagen, wenn du es nicht hast, weil ich hau dich jetzt. Ich hab's nicht. Hast du volles Leben? Nein. Sicher? Soll ich die Screenshoten, oder was? Ich kann leider jetzt nicht deine Aufnahme angucken. Ja, geht schlecht, ne? Ja. Ganz blöd. Und weißt du, was auch ganz blöd ist? Was denn? Wir sind schon wieder fertig. Was? Oh, voll. Ja, also den Raum kriegen wir auf jeden Fall. Der ist noch zu schmal. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Achso, da drüben. Ja klar, das muss auch noch weg. Dann geht's auf. Also den Raum kriegen wir auf jeden Fall nächstes Mal noch fertig. Und dann fehlt noch der letzte Raum, die Baumfarm. Ach du Kacke, ey. Das wird auch nochmal richtig Arbeit. Das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das machen will, die Baumfarm. Ist aber nett. Danke. Gerne. Hast du jetzt volles Leben? Ja. Ich mag den immer. Tschüss. Wow. Ich hoffe, ich kann den Tod runterstürzen. Wie viel Leben hast du noch? Ein Herz. Ja. Ha. Ich mag es immer wieder. Das heißt, ich kann dich jetzt hauen. Nein. Der Hund bringt dich um. Egal. Soll ich töten. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Weißt du, und der Hund, die geile Sau, bleibt... Bleibt einfach stehen, nachdem er dich gestürzt hat und bewegt sich nicht mehr. Ich hohe jetzt ab. Tschüss. Ähm. Hier geblieben. Ich ertrinke mich jetzt. Nein. Da. Jetzt ist dieser scheiß Hund hier unten Was packst du denn aus dem Tiefen Stockwerk? Ey, der hat sich irgendwann mal hierher teleportiert, als mein letzter Gast mich geschlagen hat Du forderst einen auch so immerhin heraus dich zu schlagen Gar nicht Ich weiß gar nicht, was du meinst Jetzt muss ich schon wieder den Hund hochbringen Oh ne, gar nicht Ne, doch Ich kann nicht mehr atmen Ja, das ist gut, weil die Folge ist jetzt auch zu Ende Da musst du den Toten nix zur Folge aufnehmen Ja, ich lad mir Zombie ein Also wenn das jetzt nicht wortgewandt war Oh, mir einen Pfeil zu geben ist eine ganz schlechte Idee Scheiße Manu Also Äh, 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 äh Oh nein Nein Was tust du? Ich dachte, du wirst vor mir teleportiert Ich bin durch dich durchgeraten Weißt du, was auch mies ist? Ja, hier Krieg ich das hin? Ah Jetzt hör auf meine Decke kaputt zu machen Ja, auch nicht rumzuteleportieren Nö Ich rät sich die Treppe ab Wenn ich jetzt Lava dabei hätte Was machst du da eigentlich? Wo geht's da eigentlich noch hin? Du hast die andere Dinge, wo ich gerade runtergesprungen bin Ach, das hier ist der echte Ja, ich liebe meine Sachen Und die ist noch im Gang Alter, wo geht denn das hin? So, bei mir rennst du gerade übrigens im Boden Super Ach, hier geht das denn, ja klar Meine unterirdische Verbindung Wir sind mal in einer Bibliothek Boah, hier ähne ich mich noch dran Ja, Kronk ist auch nach wie vor da, glaube ich Hallo Kronk Na, wie geht's dir? Lebt Kronk noch? Ha, Kronk Alte Erinnerungen werden wir einfach Ja, ja, jetzt hör mal auf mit dem Part Der ist ja schon 20 Minuten lang Ruhe jetzt Aber, aber Nicht aber Bis zum nächsten Mal Tschüss Wir werden nicht vergessen Ciao Ciao